Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3 So, wir sind hier noch immer in der Stadt von San Fransukio oder so Und müssen jetzt diesen Kern aufhalten Und, naja Da gehen wir jetzt mal hin So, du komisches Ding Was genau bist du? Okay, da sind viele von ihnen Was glauben wir, dass sie tun? Ich glaube, wir wollen nicht herausfinden Ich sage, wir haben das Ding zu zerstören Aber ohne eine Strategie, wir würden nur wasst unsere Kraft Wenn wir wissen, wo wir zu zerstören Sora, ich habe es. Ich schreibe dir eine AR-Software-Update Es wird euch zeigen, wo die Core ist Die Darts-Tubes-Week-Point Ich komme für Hilfe Wie ist das? Das ist witzig? Ist es gut? Busted? Hero, wer ist das auf dem Display? Das ist nicht das Display. Er ist wirklich hier. Huh? The Black Coat. Er ist zurück? Are you done messing around? What? Wait. That voice. Hold on. You know this guy? And now, enter the super villain. He definitely has the vibe. Funny. Riku. But... As if this stupid experiment wasn't already a hassle. Huh? Oh? Where did you get that? Hero, do you recognize it? Yeah. Not quite ready. That's the first chip I made for Baymax. It's full of combat programs. Huh? Programs? Yeah. They tell Baymax how to react. Does that mean... It's like his heart? It does. More then. Riku! Oh no! Zora, I'm on my way. I'll look after my team. You guys find the Dark Utes. Hmm. Remember to use the AR device to target the core. I got it! Good. Let's make this thing kaputt. Yeah! Let's make this thing kaputt! Yeah! Go on Baymax! Full thrust! Get him! Again! That's it together. Ah, super. Ah. Yeah. Ach Gott, das ist nicht so furchtbar. Das ist ja immer so einfach hier irgendwie auszukennen. Ah, das war ein Volltreffer. So, Luftrohr halt. Sollte das ein bisschen vereinfachen. Außen das Ding ist gerade mal nicht angreifbar. Sollte das Ding. So. Ja. Komm schon. Gut, das ist eigentlich zerstört. Sollte das Ding. 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 Das Ding. Sollte das Ding. Das Ding. Sollte das Ding. Sollte das Ding. Ja, von der Vergangenheit! Ja, von der Vergangenheit! Von der Vergangenheit! Replicas! 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 We gotta stop him! Guys! Huh? You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah. You're right. Let's regroup. You're right. 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 What? Why are you snooping around? That would be none of your concern. Overstep and darkness will consume you again. Hmm. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to. Who's he? Friend of yours? Yes. Though I could not tell you from when. Thank you. Okay, das ist alles langsam etwas undurchsichtig, was die, also Malefize und Carlo und diese Repliku da irgendwie jetzt vorhaben. Naja, zack. Wir speilen das Ganze jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was wir jetzt so anstellen müssen. Erstmal noch hier gucken, denn da gibt's irgendwas Neues. Ah, Dickschädel. Alles klar. Ein Lebenspunkt bleibt übrig, solange wir über einen Lebenspunkt haben. Also, Goofy. Nicht du. So. So. Neue Fotomission. Den Nachthimmel. Und fischförmige Windsecke bei Tag. Gut. Äh. Ja, dann gehen wir mal, ne? Okay. So. 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 Ja. Was up to what? Show me. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that. It's working together. Why wasn't it something funny? Trusting friends. In every heart, there's hope. Yes. You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be real. What was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it! We can stop it! Yeah! Wait! That's... Baymax! What? Huh? No way! Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. Er ist nicht ein Puppet! Baymax ist wie meine Familie. Bitte, meine Freundin zurück. Ja, ich habe gesagt, dass ich das zurückgebracht habe, wo ich es gefunden habe. Aber es ist ein Stück missing. Sora, du bist derjenige, der wird das Herz vollkommen. Ja, genau! Du kannst nicht ein Herz ohne Schmerz, ohne Loss. Du siehst, du kannst ihn zerstören, die Freundin von Hiro in fronte. Wait! Hiro! Hiro! Oh, no. Hiro! 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 Tell us! What should we do? Baymax means everything to me, but that Chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Oh no! Sora, he has to be stopped. Okay, help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Oh no! Sora, take Baymax! Okay, Baymax! I am ready. I'm ready, Sora. I am ready, Sora. Ah! Let's move more. Let's move more. Let's move more. Ah, pronto. Woop. Wo ist er denn? Was? You have been injured. So, let's do it here. So, erledigt. So, erledigt. So, did we stop him? Safety mode kicks in if he's put under too much stress, so he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But, are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. It's the right thing to do. Tadashi would have done the same thing. But, Hiro, isn't that Baymax's heart? That's okay. Baymax is here. I should be the one. Ow? Hello. I am Baymax, your personal bookmaker. Yeah, thanks. So, uh, do you think I could take one of them with another episode? No, no, no. Come on. No, who's going to repair him? Just one of them. Yeah. Come on. Please. He's my personal health care companion. So, das war's schon mit der Welt von Baymax. Und, als Dankeschön gibt es ein Nanomod-Schlüsselschwert, das Angriff und Magie ausbalanciert hat. Formänderung Nanowaffen. Okay, probieren wir doch mal aus. So, aber wir müssen definitiv nochmal hier erst die Gegend erforschen. Du hast einen neuen Lichtsucherkurs freigeschaltet. Sprich mit deinem Freund in der Stadt, um dich der Herausforderung zu stellen. Ja, aber nicht jetzt. So, den Königshänger tauschen wir jetzt erstmal aus. Bewusstlosschutz, das ist schon mal nicht schlecht. Dann hier haben wir einen neuen Platz für einen Ausrüstungsteil. Gut, ich denke mal, das passt eigentlich so, wie es ist. Bei euch passt auch noch alles. Fertigkeiten gibt's, keine neuen. Aerora haben wir gelernt. Okay. Ich würde mal sagen, wir benutzen Aerora jetzt mal für Eisra, bis wir halt Eisgar bekommen. So, nochmal kurz die Schätze überprüfen. Wir haben hier gerade mal drei Stück gefunden. Also, wir werden hier noch ein bisschen in der Stadt bleiben. So, aber mal kurz hier gucken. Dafür brauchen wir auch schon einen Damast. Das ist ja wirklich hervorragend. Ich muss gucken, wo ich diese Damaste farben kann. Das ist ja echt ekelhaft. Zack. So, ich gehe jetzt mal hier kurz noch raus. Ach, okay, man kann tags und nachts wählen. Das ist ja praktisch. Gut, ich möchte jetzt mal kurz das Schlüsselschwert noch ausprobieren in der Folge. So, die Garage befindet sich dann irgendwo hier in diese Richtung. Gut, hier gibt es auch einen Speicherpunkt. Das ist ja schon mal nicht schlecht zu wissen. Jetzt muss ich nur irgendwie Herzlose finden. Hm, jetzt ist doch die Frage, wo? Hm, vielleicht irgendwo dort drüben? Kann das irgendwie sein, dass tagsüber hier nichts los ist? Na gut, dann sehen wir jetzt mal eine Schatzkiste. Ja! Toros, du gehst auf den Weg. Ich habe eine virtuelle Bindung nahe dem Stadtplan. Toll. So, eine weitere Kiste bei deinem Adamant. Sehr schön. Trotzdem würde ich gerne ein paar Herzlose finden. So, hier könnten noch welche sein. Ne? Ne? Herzlose? Ja? Nein? Vielleicht? Ja. Anscheinend nicht. Gut, das ist etwas schlecht, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen nochmal kurz zurück in... Oh, hier kann man auch Tag und Nacht wechseln. Sehr praktisch. Dann mal kurz... ...in die... ...Stadt... ...Nachts... ...gehen. Vielleicht finden wir da ja dann Herzlose. So, es ist jetzt zumindest schon mal etwas weniger los. Oh, wenn ich genauso wenig finde. Ist doch unfassbar. Wo gibt es denn hier Herzlose? Ja. Hallo? Herzlose. Na, endlich. So, noch andere finden. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Nanowaffen ablaufen. So. Ah, sehr schön. Oh, yeah Oh, cool So, finale Okay Ist auch interessant Oh, my God, wir können fliegen Hui Hä, was? Oh, niemand, ich Haste euch Hui Jetzt können wir nicht mehr Ach, okay Ich verstehe Während der Formänderung Können wir rumgleiten Ah, okay Schattensteilke Gut, dann gleiten wir mal zurück zu einem Speicherpunkt Oh, mein Gott, was ist denn hier? Warum? So, weg mit euch Gut, das hier ist so ein riesiger, herzloser, rumwuselt, wusste ich nicht Es muss aber irgendeinen Grund haben, dass der hier da ist Okay Dieses Schlüsselschwert Kombiniert alle bisherigen Formänderungen Ein bisschen Na, wie ist das? Hui Ach, ich bin Hier geht's! Back off! And got him! Yeah! It's over! Come on, here we go! So... Back off! Thanks! Schon wieder ein Ladescreen? Okay. Die Blätter, diese Bäume scheinen unausgesprochen mit Worte zu flüstern und da ist es schon vorbei. So, Hiroos Garage. Mal kurz hierüber prüfen. Gut, das war schon. Zack! So, dann haben wir jetzt auch schon mal das neue Schlüsselschwert ausprobiert und in der nächsten Folge erkunden wir dann die Stadt noch mal ein bisschen genauer. Und ja, dann war es das erstmal für diese Folge. Danke fürs zu gucken und bis zur nächsten Folge. Ciao Leute! Bist du... Bist du... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020